Lektion 1 Der Lebenslauf In diesem Kapitel lesen und hören Sie Texte und Dialoge zum Thema Arbeitssuche und Bewerbung um eine Arbeit. Jetzt hören Sie den deutschen Wortschatz zusammen mit der polnischen Übersetzung. Dann werden Sie die Aufnahme hören. Der Lebenslauf Życiorys Die Arbeitssuche Szukanie pracy Persönliche Daten Dane osobiste Die Staatsbürgerschaft Obywatelstwo Ledig Stanu wolnego Die Ausbildung Wykształcenie Die Rechtswissenschaften Nauki prawnicze Die Diplomarbeit Praca dyplomowa Die Rechtsanwaltskanzlei Kancelaria Prawnicza Berufliche Tätigkeit Aktywność Zawodowa Weitere Kwalifikationen Dalsze Kwalifikationen In Wort Und Schrift W Mowie W Mowie i Piśmie Nachdenklinie Dalsze Kwalifikationen Dalsze Kwalifikationen Vielen Dank.